Willkommen zurück, verehrte Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Wir testen Demos auf Steam und heute, liebe Zuschauer, habe ich Ihnen wieder etwas ganz Tolles rausgeführt, nämlich den Gas Station Simulator. Ja, in diesem Simulator haben wir eine eigene Tankstelle. Müssen wir renovieren, aufbauen, blablabla, Stock, Sets, ah ja. Ja, Proto, Proto, ja, mh. Rezessionen gibt es für dieses Produkt leider nicht. Heißt, wir müssen uns ein eigenes Bild davon machen und vielleicht schreiben wir auch eine. Mal gucken, ne? Okay, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal direkt rein. Leute, ich wünsche euch viel Spaß. So, da sind wir auch schon in Gas Station Simulator Demo und ich würde sagen, New Game, bitte. So, ah ja, guck mal hier. Mitten in der amerikanischen Wüste da. Ah, an der Route 66. So, wir gehen jetzt hier erstmal, oh ja, ich komme ja schon. Mein Gott, ja. Was, wenn nicht, aus Telefon ist eine neue E-Mail. So, Cousine, Google Translate, würdest du bitte nochmal? Dankeschön, ich kann das nicht selber besetzen. Denkst du, ich habe Lust darauf, dir deinen Müll zu übersetzen? Lern Englisch, du keck und nerv mich nicht. Hier, wenn you're done, this email to the following. First, swap to the Control App and select tools and order yourself a basic broom. Ach so, hier, tools. Ach, Besen soll ich mal kaufen hier. Jetzt hier, schrubben. Ah ja. Ah, guck mal an, wie sauber hier. Ha, guck das an, du. Kann man das nicht durchgehen drücken? Naja. Oh ja. So, jetzt wird hier mal ein bisschen Ordnung gemacht hier. Das haben wir, jetzt ist clean bei uns. Jetzt sollen wir hier, äh, Hand, ich möchte, hallo. Das ist noch ein bisschen, so. Jetzt muss ich das ganze Müll hier wegschmeißen. Ach, ich liebe solche eintönigen Spiele. Naja, machen wir das mal. So, guck mal, es ist auch schon richtig schick. Hier, vorne haben wir Eizcreme. Oh, alter, lecker Schmecker von. Volt. Alles klar. So, neue E-Mail. Ja, alles klar. Ne E-Mail. Filling M-Up. Ah, guck mal, da vorne ist schon einer. Moin, Moin Herbert. Servus. Oh, alter, jetzt geht's hier ran hier. So. Äh, wo musst du rein? Grab the Insector and waiting for the client. Alles klar, krieg ich hin. So, hier rein, da rein. So. Muss das genau in dem Bereich sein. Einwand frei. So, sehr gerne, der Herr. So, jetzt hier drüben auch einmal. Alles klar. Alter, jetzt geht's hier mal richtig mal, richtig action hier. So, hier. Hallo? So, jetzt hier hier. Ah, wunderbar. Wir haben schon einen Akkuratzi-Score. Was auch immer dieses Wort bedeuten soll. Zack. Ja, sehr gerne. So. Schweiz der Tag. Wenn wir uns hier auf den Hocker setzen, nicht schade. So. Nein, jetzt können wir die sogar abkassieren. Wie geil ist das? Ich feier das ja so. Alter, wir können jetzt uns hier hinsetzen. Und jetzt können wir die richtig über das Lauf bauen. Und dann... Äh, näh. Press Shift to start the game. So. Äh. Bip. Was ist das denn? Ey, wie geil ist das denn? So. Bip. Alter, Leute. Wenn ihr schon immer mal, äh, selber eine Tankstelle haben wolltet. Und selber Sachen abkassieren wolltet. Dann ist das genau das richtige Spiel für euch. Alter, ich feier. Was habe ich jetzt falsch gemacht? So. Kein Problem, Sir. 6, 1,5 Stunden später. Jetzt sollen wir ja auch noch Wagen reparieren. Mein Gott, was sollen wir denn noch alles machen? Die eine will da... Äh, sonst wohin? Jetzt hat da einer wieder unsere Toilette benutzt. Das ist doch schön. Bier. Nuva. Ach, hier Workshop. Ah. Guck an. Ah, ja. Aha. Alter, sollen wir hier... Was sollen wir denn hier alles machen? Ich komme mal... Kommt hier durcheinander. Muss das hier sein, dass dieser Stinky-Container hier steht? Alter, guck mal hier unsere... Unsere... Unsere Station. Jetzt wieder richtig leben. Wir gehen hier alle bei uns auf die Toilette. Ist doch super. Reut, shift to visualize. Alles klar. You need a wheel in your hand. Ja, nehme ich doch. Hier. Oh. Ah. Alter, das spielt einfach alles. Das hat K-Mechanics-Simulator. Das hat den Kaufmanns-Laden-Simulator. So, zack, zack, zack. So, jetzt anderes Rad bitte ran hier. Aber das finde ich aber nicht so gut. Das finde ich... Ah, muss ich nur einmal draufdrücken. Achso. Hey. Muss ich hier Kratzer entfernen. Leu, wie, was ist das für ein geiles Spiel. So. Und einen neuen Spiegel braucht er her. Alles klar. Äh, so. Ne, 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 ne. Ah, ja. Ja, ich würde sagen, fertig, ne? Ja, einwandfrei. Ja, ich habe jetzt verstanden, dass ich hier alle hier lebe rette. Ich bin aber kein Arzt. Ich bin hier Tankstellenbesitzer. Mein Gott. So. Ja. Und nochmal die ganze Scheiße, ey. So, jetzt springen wir wieder rüber in die Garage. Boah, ist das stressig hier. Aber vertrauen wir auf die, äh, auf das Glück, äh, Glück vor allen Dingen. Auf die Ehrlichkeit der Menschheit. Naja. So. Average Score ist super. Wird auch immer mehr. Zigarettenpackung, bitte. Wie viele wollen denn hier schon wieder was von mir, sag mal. Die Aufgabe hatten wir noch nie. Ja, jetzt geht's wieder los, ne? Ja, 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 bin schon da. Aber die Musik ist recht schön. Ja, ich bin Lifesaver. Danke, weiß ich jetzt. Ja, 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 ja. 2.000 Jahre später. er so das kompliziert fängt für playing your complete demo and won the last hast ja oder etwa gas station simulator ich finde es ist halt sehr interessantes spiel es hat viel potenzial aber ich bin fertig wenn du 20 mal miteinander kaschenregister macht und dann fünf mal beim auto direkt immer dasselbe was verliebt das spiel langsam als reiz aber ich werde glaube ich den weg dann eine rezeption unter spiel schreiben und ich bin gespannt was dann noch in zukunft auf uns zukommt leute ja ich danke mich bei euch fürs zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder leute bis dahin macht's gut da 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017